Willkommen zu einer weiteren Einheit der ISM Aufgabensammlung Mikroökonomie. Dieses Mal mit einer Aufgabe aus dem Bereich Marktgleichgewichte und Schocks. Schauen wir uns hierzu die Aufgabenstellung an. Betrachten Sie den Markt für Dieselautos. Wie verändert sich in den jeweiligen Situationen die Marktsituation, Lage von Angebot und Nachfragefunktion und das Marktgleichgewicht? Wir skizzieren hierzu das zugehörige Marktdiagramm und kreuzen jeweils die korrekte Antwort in Bezug auf das Marktgleichgewicht in der folgenden Tabelle an. Dann haben wir hier diese Übersicht. Menge Preis können sinken, gleich bleiben, steigen. Oder die Aussage ist nicht eindeutig. Das sollen wir für drei Situationen machen. Einmal der Abgasskandal erzeugt negative Medienpräsenz. Außerdem wird eine Förderung für Elektroautos eingeführt. Der Preis von Dieselkraftstoff sinkt und Tankstellen führen jetzt ein Payback-System ein. Und c. Die Bevölkerung wird zunehmend nachhaltiger in Bezug auf die Wahl ihrer Transportmittel. Gehen wir dann mal der Reihe nach durch. Hierzu übernehmen wir zunächst die Tabelle aus der Aufgabe. Packen hier unten rein. Und die erste Aufgabenteile. Hierzu skizzieren wir mal kurz den Marktdiagramm. Markieren das Marktgleichgewicht in der Ausgangssituation. Und dann gehen wir mal kurz durch. Abgasskandal erzeugt negative Medienpräsenz. Das bedeutet ja, die Leute, nehmen es wahr, nehmen es negativ wahr, sind weniger geneigt, Dieselautos zu kaufen. Das heißt, ich hätte hier einen negativen Nachfrageschock. Andererseits habe ich dann zusätzlich noch eine Förderung für Elektrofahrzeuge. Das heißt, auch dadurch, ich würde mehr geneigt sein, Elektrofahrzeuge zu kaufen, würde das Substitutivgut Dieselfahrzeuge entsprechend weniger stark kaufen. Das heißt, ich habe hier eigentlich zwei negative Nachfrageeffekte, Nachfrageschocks. Die fasse ich hier zusammen zu einem insgesamt negativen Nachfrageschock, also zu einer Linksverschiebung der Nachfragefunktion. Sodass ich hier diese neue Nachfragefunktion bekomme mit diesem neuen Gleichgewicht. Das heißt, im Vergleich zum alten Gleichgewicht sinkt die Menge und der Preis. Ja, und damit haben wir auch schon den ersten Teil durch. Wir können jetzt zum zweiten Teil wechseln. Hier haben wir, der Preis von Dieselkraftstoff sinkt und Tankstellen führen ein Payback-System ein. Skizzieren wir auch hier erstmal das Marktiagramm mit dem Gleichgewicht. Dann können wir uns jetzt überlegen, okay, Preis von Dieselkraftstoff sinkt. Das ist in dem Sinne ein Verbundsprodukt. Ich brauche Dieselkraftstoff, um Dieselautos zu betreiben. Das heißt, wenn der günstiger wird, bedeutet das im Endeffekt, dass nicht nur mehr von diesem Gut gekauft wird, also mehr Dieselkraftstoff gekauft wird, sondern auch mehr von dem Verbund- oder von dem Komplementärgut gekauft wird. Das heißt, ich hätte hier durch den ersten Teil motiviert, einen positiven Nachfrageschock. Zusätzlich kann ich jetzt davon ausgehen, okay, Tankstellen führen jetzt ein Payback-System ein. Dann könnte man überlegen, dass das eventuell diesen positiven Effekt nochmal verstärkt, weil sich Tanken jetzt nochmal zusätzlich lohnt. Also könnte ich hier sagen, dass ich hier an dieser Stelle zwei positive Nachfrageschocks habe. Und dementsprechend verschiebt sich meine Nachfragefunktion nach rechts. Ich kriege hier eine neue Nachfragefunktion mit einem neuen Markgleichgewicht, was in diesem Fall rechts oben vom alten liegt. Und dementsprechend steigen sowohl die Menge als auch der Preis. Soweit dann zum zweiten Teil, bleibt noch der dritte Teil. Hier haben wir, die Bevölkerung wird zunehmend nachhaltiger in Bezug auf die Wahl ihrer Transportmittel. Hier kann ich mein Marktdiagramm einzeichnen, dem Gleichgewicht. Wenn sie zunehmend nachhaltiger wird, bedeutet das, dass sie insgesamt weniger Autos kauft, die auf nicht erneuerbaren Ressourcen basieren. Also insbesondere wesentlich weniger Dieselfahrzeuge auch kauft. Das heißt, ich habe hier, wie auch im ersten Beispiel, einen negativen Nachfrageschock, der zu einem Rückgang, zu einer Linksverschiebung der Nachfragefunktion führt. Und dementsprechend auch, wie im Teil A, zu einem neuen Gleichgewicht, was links unterhalb des alten liegt. Das heißt, was hier passiert, ich kriege ein neues Gleichgewicht bei einer sinkenden Menge und einem sinkenden Preis. Ja, und das waren dann alle drei Teile dieser Aufgabe. Ich hoffe, es hat Ihnen soweit gefallen. Sie konnten aus dieser Aufgabe etwas für sich mitnehmen. Wenn Sie weitere Aufgaben in dem Stil sehen wollen, besuchen Sie auch den Rest des Kurses oder werfen Sie einen kurzen Blick in die entsprechend zugehörige Playlist. Ich sage bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.